Ich sage auch nochmal herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass ich hier mit Nava Ebrahimi sitzen darf. Wir haben uns schon mal unterhalten, als sie ihr erstes Buch veröffentlicht hat, vor drei Jahren immerhin schon. Nava ist 1978 in Teheran geboren, in Köln aufgewachsen, lebt in Graz. Viel mehr Biografisches werde ich jetzt nicht sagen, sondern gleich einsteigen und ein bisschen was über das erste Buch erzählen. Wir haben genau das geahnt, dass sobald wir anfangen, das Kind sich melden wird, Hallo Baby, hier hinten in der Ecke. Das ist ja immer ganz schön, das Leben geht weiter, die Erde dreht sich, die Kinder schreien. 16 Wörter hieß der Debütroman von Nava, 2017 bei BTB erschienen, wo vor kurzem eben auch ihr neuer Roman, das Paradies meines Nachbarn veröffentlicht worden ist. Sie hat den Debütpreis des österreichischen Buchpreises dafür bekommen, komplizierter Name, und hat jetzt nach drei Jahren schon wieder einen Roman am Start. Aber ich möchte noch ein paar Worte zu dem tollen Debütroman verlieren, für die Leute, die den nicht kennen, was bedauerlich ist, weil er sehr schön ist. In diesem Roman ist jedes Kapitel mit einem Wort aus der Muttersprache der in Köln lebenden Mona überschrieben. Das sind Wörter, die Mona plötzlich überfallen, also sie hat plötzlich so Stimmen im Kopf. Und das sind Wörter, die Monas Großmutter benutzt und die lebt im Iran. Und es sind Wörter, die dieses Familiengeheimnis beschützen sollen. Und was genau passiert ist, als die Großmutter ihre erst 13 Jahre alte Tochter einem Mann gab, für einen Monat erst am Ende vom Roman heraus. Und so ähnlich ist es auch bei dem neuen Roman, was uns auch vor Probleme stellt, weil wir nicht so viel erzählen wollen darüber, was da eigentlich passiert, weil das fast so ein bisschen wie ein Detektivroman für mich ist. Detektivroman eines Familiengeheimnisses. Wenn wir zu viel erzählen, dann macht es keinen Spaß, mehr das zu lesen. Im Unübersetzten hatte der Schwindel es sich herrlich einrichten können. Das fand ich einen der schönsten Sätze aus diesem Buch. Und später wird Nava auch aus dem neuen Roman vorlesen. Und da stehen auch sehr schöne Sätze drin. Das werden wir gleich feststellen können. Mona macht sich also ans Übersetzen von diesen Wörtern, überlässt es aber der Leserin, ihre Bedeutung zu erschließen. Was etwa Kos heißen mag, das wird sie nicht gut finden, dass ich das jetzt hier auf der Bühne sage, kann man ahnen, wenn man Kurdisch, Urdu, Arabisch oder Hebräisch versteht. Und die Oma sagt dazu, wenn die Kos etwas zum Herzeigen wäre, dann hätte der liebe Gott sie auf die Stirn getan. Die Großmutter benutzt also diese Wörter, als sei es das Normalste von der Welt. Und Mona wundert sich darüber. Und die Oma beneidet ihre Enkelin wiederum dafür, dass sie in Assadi, also in der Freiheit, in der liberalen westlichen Gesellschaft leben kann, weil sie frei von den Fessen der Religion dort lebt, was ihr leider nicht vergönnt ist. 16 Wörter ist unter anderem ein Roman über das unterschiedliche Leben von Frauen in Deutschland und im Iran, könnte man glaube ich zusammenfassen. So, jetzt kommen wir aber endlich zum Neuen. Und das heißt, das Paradies meines Nachbarn, hatte ich schon erwähnt, sieht so aus, liegt hier vorne, um es nachher zu erstehen. Und da sind es jetzt aber auf einmal drei Männer und nicht mehr Frauen, um die das geht. und in die du dich sehr schön, finde ich, hineinversetzt hast. Und mir hat es gleich die erste Frage mitgegeben, und das mag jetzt für manche eine dumme Frage sein, ist es jetzt leichter oder schwerer, sich in das Denken und Fühlen von Männern hineinzuversetzen, oder gibt es in Wirklichkeit gar keine Unterschiede, wenn man die gesellschaftlichen Rollenvorstellungen kennt, wie Männer und Frauen das tun lassen, was sie tun. Also am Anfang habe ich da keine Sekunde drüber nachgedacht, dass das Männer sind. Das waren wirklich einfach die Figuren, die mich interessiert haben und die Schicksale, die damit verbunden sind. Und ich habe da wirklich lange überhaupt nicht drüber nachgedacht. Irgendwann fiel es mir dann ein, dass ich ja jetzt aus der Perspektive von Männern schreibe. Da fand ich es dann schon kurz, habe ich überlegt, ja, so gewisse Szenen, muss das jetzt rein oder nicht? Aber im Grunde fand ich es herausfordernder, aus der Perspektive eines Menschen zu schreiben, der als Kind im Krieg an der Front war. Also das, fand ich, war die viel größere Herausforderung, als mich jetzt in einen Mann hineinzuversetzen, weil ich kenne Männer, ich beobachte Männer und ich lebe mit einem zusammen. Also insofern war das jetzt nicht, im Endeffekt, also nachdem ich so diesen Respekt, der mich da kurz mal überfallen hatte, nachdem ich den abgelegt habe, war das eigentlich kein Problem mehr für mich. Ja. So kompliziert sind sie nicht, ne? Nee, irgendwie dann doch nicht. Aber wie gesagt, ich meine, beim Schreiben geht es ja, also zumindest für mich, das Schöne ist ja, oder die Herausforderung, mich in andere Figuren hineinzuversetzen. Und der Unterschied zwischen den Geschlechtern ist dann viel geringer als der Unterschied zwischen den Charakteren an sich. Ich frage das natürlich auch, weil das so eine Idee ja von manchen heute ist, dass man nur über das schreiben soll, was einen persönlich sehr stark betrifft. Also diese ganze identitätspolitische Frage, darf ich das überhaupt, ja? Also da könnte man jetzt auch fragen, darf eine Frau überhaupt immer mehr Männer schreiben, die hat ja keine Ahnung davon, wie es in diesen Männerköpfen so ausschaut. Ich finde schon. Das wüsste man ja. Das kann man machen und es funktioniert auch sehr gut. Ja, manchmal ist es ganz gut, dass ich in Graz lebe und viele Debatten gar nicht so mitkriege. Also ich mache dann einfach. Das ist manchmal ganz hilfreich. Hören die Leute in Graz nicht über diese schwierigen Probleme? Naja, doch schon. Aber ein bisschen bodenständiger würde ich sagen, geht schon zu. Also ja, ein bisschen ab vom Schuss bin ich da schon. Und das mag ich eigentlich ganz gern. Aber eben, ich habe vor manchen Dingen da nicht so einen Respekt und kriege dann nachher manchmal erst mit, dass es ja eigentlich gerade voll die Debatte gibt. Und deswegen war das für mich eigentlich nicht so ein großes Thema. Es ist aber auch hier so, dass natürlich dieser Roman nicht ohne Frauenfiguren auskommt. Und es gibt im Hintergrund eine Frauenfigur, die extrem wichtig ist. Das ist nämlich die Mutter, sage ich jetzt mal, der beiden Alis. Es gibt zwei Alis in diesem Roman und eine Sina. Und über die werden wir später sicher noch ausführlicher sprechen, wer die so sind und was die miteinander verbindet oder auch nicht verbindet. Aber diese Mutter treibt ja eigentlich die ganze Geschichte an. Die beiden Alis sind je auf ihre eigene Weise enttäuscht von dieser Mutter, weil die irgendwann mal Entscheidungen getroffen hat, die im Grunde sie ursprünglich traumatisiert haben, könnte man sagen. Das sind die Geschichten, die sie eigentlich in Gang setzen und die auch diese Geschichte des Romans in Gang setzt. Ist das so eine Sache, die logisch ist für die Geschichte von diesem Roman, dass man diese Figur braucht? Oder frage ich mich dann, geht es dann vielleicht dir auch darum, so über Mutter sein und Verhältnisse zwischen Kindern und Eltern auch nochmal zu referieren? Das ist ja auch ein Thema, was in dem ersten Roman vorkam. Ja, darum sicherlich auch. Also der erste Roman war in manchen Zügen eben autobiografisch geprägt. Das ist der Roman jetzt überhaupt nicht. Aber natürlich steckt von mir auch wieder ganz viel drin. Nur diesmal merkt es halt niemand so auf Anhieb. Aber natürlich, ich bin Mutter. Also das Thema Mutter sein, das Verhältnis zum Kind, finde ich, ist natürlich auch ein tragendes Thema der Literaturgeschichte. Und ja, ich glaube halt, ich habe darüber nachgedacht, ob es wirklich immer die Mutter sein muss, die so entscheidend unser Leben prägt und so massiv quasi die Richtung vorgibt vielleicht auch, in der unser Leben sich entwickeln kann. Und ich glaube, dass es halt meistens jedenfalls ist eben die Mutter die Person, der wir von der ersten Sekunde an auf Gedeih und Verderb ausgeliefert sind. Also es muss eigentlich nicht die Mutter sein, aber meistens ist es eben die Mutter. Ich glaube, in der Psychologie heißt es One Caring Adult, also die Person, auf die du dich 100 Prozent verlassen können musst und von der du einfach total abhängig bist. Und deswegen spielt dann am Ende, das merkt man ja, würde ich sagen, erst relativ spät, dass die Mutter eigentlich auch eine sehr wichtige Figur ist und sie taucht ja dann auch erst recht spät, kommt sie zu Wort. Mir war das auch alles gar nicht so klar. Mir ist das dann auch erst, also mir sind viele Dinge auch nicht so klar und das wird mir dann erst beim Schreiben klar und unter anderem eben die Rolle der Mutter. Ich möchte mal auf den einen der beiden Alis jetzt zu sprechen kommen, der vielleicht so etwas wie die zentrale Figur ist, um den es sich dann doch mehr dreht als um die anderen Alis, obwohl man das nicht so gut auseinanderhalten kann. Es sind schon auf eine sehr spannende Art und Weise sind diese Figuren miteinander verboben. Also Sina eher so am Rande, eigentlich nur, weil er so iranisch, so persisch aussieht. Das, glaube ich, kann man verraten. Das ist eigentlich sein Problem sozusagen. Deswegen wird er in die Geschichte reingezogen von dem einen der beiden Alis, von dem zentralen Ali. Und dieser Ali ist ein Produktdesigner, glaube ich, würde man das nennen. Und ich habe mich gefragt, wie bist du auf die Figur von diesem Designer gekommen? Weil man merkt auch, dass in dieser Figur des Designers da auch eine Art von Recherche drin steckt, womit sich so Designer beschäftigen erstens. Zweitens, wie geht es den Agenturen zu? Da geht es auch um so Machtverhältnisse in Agenturen, weil dieser Ali ist ein ziemlicher Macho. Und wie bist du auf den gekommen, meine ich? Oder war das vielleicht sogar der Anlass, diese Geschichte anzufangen? Es gab verschiedene Anlässe, aber ein Anlass war eben diese Figur des Ali. Es ist so, dass in den 80er Jahren sind ganz viele iranische Jungs allein nach Europa geschickt worden von ihren Eltern aus dem Iran, damit sie eben nicht als Kindersoldaten in den Iran-Irak-Krieg ziehen müssen. Also der Iran hat recht früh schon angefangen, teilweise Zwölfjährige an die Front zu schicken, teilweise als Minenräumer. Also wirklich, denen wurde dann auch schon im Grunde gesagt, dass sie dann im Paradies erwachen. Und ganz, ganz viele Eltern haben daraufhin, sind entweder als Familie geflohen, wenn sie Jungs in dem Alter hatten. Man wusste ja auch nicht, wie lange der Krieg noch dauern wird. Das war überhaupt nicht absehbar. Und viele haben aber ihre Jungs dann alleine nach Europa geschickt. Und irgendwie in den Medien sind mir immer wieder einige begegnet. Die meisten sind eben vor dem Krieg geflohen, also vor dem Einsatz. Es gibt irgendwie ganz viele. Also ja, im öffentlichen Leben kommt man immer, wenn man die Interviews liest, kommt das natürlich oft am Rande vor, aber eben die gibt es. Und dann gibt es einen, der aber so eine reale Vorlage quasi, der war tatsächlich auch im Krieg. Und ich habe in Interviews eben immer gelesen, das hat mich interessiert, dass er eben das auch sehr so nach außen getragen hat. Und immer dieses, ich war im Krieg, ihr könnt mir eigentlich gar nichts erzählen, platzfrei, ich komme. Also diese Haltung fand ich interessant. Und ich fand auch interessant, nicht nur was das über diesen Typen aussagt, sondern was das über unsere Gesellschaft hier aussagt, dass quasi alle in Ehrfurcht erstarren, wenn jemand sagt, ich habe keine Angst. Das fand ich eigentlich fast interessanter, was das über uns hier aussagt oder über die Männer hier, weil es sind ja vor allen Dingen Männer, die sehr stark auf ihn reagieren. Und das war auf jeden Fall so ein Impuls, dass ich diese Figur sehr interessant fand. Das ist, jetzt hast du eine Frage von mir vorweggenommen, weil ich das ziemlich faszinierend fand, diese Beobachtung, und das muss man auch nicht erklären, das versteht man auch sofort in der Tat, wenn man das liest. Dieser Ali gibt diesen deutschen Fernsehzuschauern, manchmal taucht er dann auch in Talkshows auf, er gibt Interviews für Zeitschriften. Irgendwie scheint er so eine Lücke auszufüllen, die als schmerzlich empfunden wird. Der ist so ein Mann, wie man ihn sich vorstellt. Also er will kein Opfer sein. Weil er kein Opfer sein will, ist er quasi Täter. Also er handelt. Er lässt sich von niemandem was erzählen. Er hängt quasi an nichts. Er ist auch so ein Freiheitspathos. Wenn ich morgen nicht mehr Designer sein kann, ist mir egal. Ich war an der Front. Was soll mir schon noch passieren? Ist das eine Beobachtung, die du jetzt nur bei dieser Figur gemacht hast, als du den entdeckt hast, diese Interviews von diesen realen Designern? Oder ist es etwas, was dir eh schon umgetrieben hat? Ja, auch das lief nicht ganz so bewusst ab. Aber ich habe, wie gesagt, diese reale Vorlage, der ist in der Werbung, nicht im Design, aber in der Werbung, das habe ich beobachtet. Und ich habe mich immer gefragt, was fasziniert die Leute so an ihm. Und das hat sich dann wahrscheinlich mit dem, was ich so zeitgeistmäßig aufsauge, was ich beobachte, und all das halt vermengt. Und ich glaube schon, vielleicht kannst du mir das eher beantworten, aber ich glaube, dass dieser Typ, Mann, auf so eine gewisse Achillesferse oder so trifft, weil viele Männer hier vielleicht auch dadurch, dass wir schon so lange Frieden haben und eigentlich nie existenziell bedroht waren, dieses Gefühl haben, verweichlich zu sein, sich im Zweifel noch nicht mal verteidigen zu können. Also das sind ja auch so Figuren wie Putin oder Trump, die spielen ja auch so ein bisschen mit diesem Männlichkeitsding und vielleicht wählen eben so viele Männer diese Typen, weil sie sich da irgendwie wieder etwas holen können, was sie sonst zu verloren glauben. Und ja, das ist, also ich glaube dieses, ich meine, wir sind mit so vielen Ängsten beschäftigt und wenn wir jetzt vielleicht keine Angst um unsere körperliche Unversehrtheit haben, dann haben wir immer noch Angst zu scheitern, Angst, um uns lächerlich zu machen. Also so viele unnötigen Ängste eigentlich, die uns aber auch daran hindern, unsere Potenziale zu entfalten oder das zu tun, was wir eigentlich machen möchten. Und er kommt halt und sagt, ich habe nichts zu verlieren, ich habe alles gesehen. Und das ist halt, ja, ich glaube, dass er damit wirklich einen wunden Punkt trifft, vor allem bei Männern, glaube ich, vielleicht. Ja, ich habe genau das vermutet, also weil, wenn man das liest, dann denkt man natürlich sofort an die Debatten der Rechtspopulisten über den sogenannten Genderwahn. Es gibt ja dann einen sehr weit und sehr fein ziselierten Diskurs, der da in den sozialen Medien zu verfolgen ist und der eigentlich immer rauskommt, wenn so Populisten sprechen. Da geht es sehr stark um diese Männlichkeitsbilder. Und das ist genau so eine Figur, die im Grunde da vermisst wird oder die wieder sozusagen auf den Sockel gehoben werden soll, wo sie ja auch lange genug stand. Und jetzt scheint man da so irgendwas zu vermissen, so eine Identifikationsfigur. Also ich habe das eigentlich genau gesehen, wie du das beschrieben hast. Ich würde fast mal vorschlagen, dass wir diese Stelle nutzen und du liest mal die erste Stelle. Ja, so schön. Damit wir jetzt ein bisschen, ich habe ein bisschen Angst, wir reden jetzt weiter, wir wissen ja beide, worum es geht, dass die Leute sich überhaupt nicht vorstellen können, wie das klingt und was da eigentlich so im Detail passiert. Also ganz kurz zum Setting dieser Szene. Also Sina ist ebenfalls Produktdesigner und er wird von Ali mit nach Dubai genommen, weil er in Dubai in einer Hotellobby jemanden treffen soll. Also eigentlich sollte Ali dort sitzen, aber Ali hat Angst, dann doch, wie sich herausstellt. Und deswegen bittet er seinen Kollegen Sina, der eben auch persisch aussieht, der ist Halbpiraner, er bittet seinen Freund Sina, ihn quasi zu vertreten und in der Hotellobby auf das Blind Date zu warten. Eine Stunde hatte er in der fensterlosen Lobby verbracht, in die, außer durch die Drehtür am Eingang, kein Tageslicht gedrungen war. Zu jeder Sitzgruppe, bestehend aus drei Chesterfield-Ledersesseln, gehörte lediglich eine Bankierslampe, die grünen Glasschirme erhellten gerade einmal die Beistelltische aus dunklem Holz, auf denen sie standen. Sina bestellte Kaffee, ohne die Bedienung anzusehen. Er blickte geradeaus zum Eingang und musterte jeden dunkelhaarigen Mann, der nicht mehr jugendlich und noch nicht greis wirkte. Jederzeit bereit, aufzuspringen und seine Rolle zu spielen. Auf zwei Männer traf die Beschreibung zu, aber zu dem ersten gesellte sich nach wenigen Minuten eine Blondine in Stilettos. Der zweite eilte, ohne einen Blick in die Lobby zu werfen, Richtung Fahrstuhl. Sina blieb aufmerksam. Er wollte es gut machen. Er hatte zwar keinen blassen Schimmer, was das alles hier sollte, aber es schien Ali Najjar wichtig zu sein und er wollte es gut machen. Nach einer Weile fiel ihm der Kaffee ein, der neben ihm unter der Bankierslampe stand. Er nahm einen Schluck, schob die Tasse jedoch gleich weg von sich. Der Kaffee war erkaltet. Sina zog das Handy aus der Hosentasche und ließ kurz das Display aufleuchten. 10.33 Uhr. Ein erster Zweifel daran, dass dieser Ali Reza noch auftauchen würde, stieg in ihm auf. Er löste den Blick vom Eingang und sah sich um. Der britische Kolonialstil, das schummrige Licht, der dunkle Teppichboden, das Servicepersonal, auf das mehr diskret als freundlich zutraf. Die beiden Männer im legeren Businesslook, die in der hinteren Ecke der Lobby Bier tranken, das alles erschien ihm mit jeder Sekunde die Verstrich dubiose. An so einem Ort wurden illegale Waffengeschäfte verhandelt, Doppelagenten angeworben, Schmiergelder übergeben, schoss es Sina durch den Kopf. Es irritierte ihn nur, dass es dermaßen offensichtlich war. Dieses Hotel hob sich so augenscheinlich von den anderen Hotels in Dubai ab, die nur dazu dienten, die Gäste gleich welcher Herkunft zum Konsum zu animieren. Design, Wellness, Fusion, Style, alles Mittel zur Blendung, zur totalen Verblödung. Dieses Hotel hier pfiff auf all das. Dieses Hotel war unmodern, zeitlos wie das Streben nach Macht und Geld. Hier ging es um Größeres. Hier herrschten Gesetze wie vor 100 Jahren. Hier hatten die Briten und einige wenige weiße, angelsächsische US-Amerikaner das Sagen. Solche Orte hatten Dubai zu dem gemacht, was es heute war. Sina sah hinüber zu den beiden Geschäftsmännern, die zurückgelehnt in ihren Clubsesseln saßen, jeweils ein Peinglas in der Hand, das schüttere Haar bereits in Unordnung. Krauskopfpelikane fiel ihm ein. Sie erinnerten ihn an Krauskopfpelikane. Anahita und er hatten das letzte Mal im Zoo länger vor dem Gehege gestanden und sich über die Frisuren amüsiert. Die Pelikane hoben die Gläser. Ihre Geschäfte hatten sie sicherlich schon erledigt. Die Geschäfte liefen quasi wie von selbst. Sie warfen sich die Erdnüsse ein wie Sprotten und zeigten einander offenbar witzige Fotos auf ihren Handys. Die Selbstzufriedenheit, die sie ausstrahlten, die rosa durch ihre lasche, knittrige Haut schimmerte, kotzte Sine auf eine Art an, die ihn selbst verwunderte, weckte Aggressionen, die sich offenbar in seine DNA eingeschrieben hatten. Es erstaunte ihn immer wieder, was da gelegentlich in ihm hochkam. Er war in München geboren, als Sohn einer deutschen Mutter, soweit es sich in der Genealogie nachvollziehen ließ. Er war in München aufgewachsen, sein Vater sah er alle paar Jahre und die islamische Welt kannte er von einer Libanon-Reise, einer Trekking-Tour in Marokko und der Lektüre mehrerer Sachbücher abgesehen kaum. Dennoch hatte er den Minderwertigkeitskomplex aller Osmanen, Araber und Perser verinnerlicht. Die Erinnerung an die jahrhundertalte Demütigung schnitt bei gewissen Anlässen in sein Fleisch und erzeugte Abwehr, vielleicht sogar Hass, ganz tief drinnen irgendwo, fern von jeder Ratio, unerreichbar für jede Form des klaren Denkens. Sina versuchte zu ergründen, woher diese Gefühle stammten. Er kramte in seinem Gedächtnis nach Momenten der Ausgrenzung. Ein paar Neckereien auf dem Schulhof, unbedacht und folgenlos, dumme Fragen hier und da, vier, vielleicht fünf Abweisungen an Türen zu Clubs, die wenigen Male, an denen er nicht mit seinen deutschen Freunden unterwegs gewesen war, sondern mit anderen, mit Erasmus-Studenten etwa. Als Schüler hatte er nicht die Hauptrolle in Endstation Sehnsucht spielen dürfen. Stanley Kowalski sei der Sohn polnischer Einwanderer, den stelle er sich anders vor, hatte der Lehrer gesagt und gelacht und hinzugefügt, bei der Inszenierung von Alibaba und die 40 Räuber stünden seine Chancen besser. Das hatte Sina 17-jährig am meisten gekränkt. Aber reichte das? Nein. Es musste genetisch sein, dieser, war es das? Hass. Er musste ihm eingepflanzt und mit ihm gewachsen sein und nur ganz wenig Nahrung von außen benötigt haben. Dieser Hass war ein Überlebenskünstler, er überlebte Generationen. Er nährte sich an allen möglichen, an Bildern von Palästinensern zum Beispiel, die an israelischen Checkpoints Schlange standen, generell an Bildern muslimisch aussehender Menschen hinter Absperrung, bewacht von hellen Menschen, offensichtlich abhängig von deren Gunst. Was gingen Sina diese Menschen an? Wieso betraf ihnen ihr Leid? Was hatte er mit dem Nahostkonflikt am Hut? Als Deutscher sehr viel, natürlich, aber das sollten abstrakte Schuldgefühle sein, die er nach Bedarf an- und ausknipsen konnte. Also das Gegenteil von dem Hass, der ihn ergriff und den er zu ergründen versuchte, während er in der Lobby des Woodson Bright am Dubai Creek saß und das Leder eines Chesterfields anwärmte, benannt nach dem Earl von Chesterfield, der Ende des 18. Jahrhunderts einen Sessel in Auftrag gegeben hatte, auf dem er aufrecht, aber dennoch maximal bequem sitzen konnte. Herrschaftlich lümmeln, dachte Sina, wie die beiden Pelikane. Ja, da haben wir jetzt ein bisschen mehr gehört über Sina, eben den dritten Mann im Roman. Und der hat für mich, also der ist eine Figur, die für sich steht. Der hat so eine Logik in dieser Romanerzählung. Man kann sich den sehr gut vorstellen, wie der charakterisiert ist. und ich finde oder ich glaube oder ich bilde mir ein oder ich lese ihn so, auch als ein Stellvertreter für die vielen, vielen Menschen, die in Deutschland und auch in Österreich heute schon leben, die eben nicht aus diesen urwüchsigen deutschen Familien, von denen man immer denkt, die gibt es schon ewig hier, die autochton stammen, sondern halt eine andere Familiengeschichte hat. Und man hat sie immer so als Anomalie wahrgenommen über Jahrzehnte, also über Einwanderungsgesellschaft wollte man nicht reden. Und das bringt dann auch so Probleme mit sich, die da kurz erwähnt werden. Also der darf dann oder soll dann in Alibaba spielen, weil das ist dann einleuchtender als was anderes zu spielen in der Theatergruppe. Das Problem ist aber ein tieferliegendes, er wird immer als jemand wahrgenommen, der er gar nicht ist. Also man erwartet von ihm, der muss ja eigentlich persisch können, aber er kann nicht persisch und irgendwie hat er auch keine große Lust und er kann dann immer diese drei Formeln vor sich hin sagen und so tun, als könnte er es, was dann auch im Roman für ein Problem sorgt, weil er soll ja den Ali vertreten, dann versteht er aber gar nicht, was der andere Ali ihm sagt und da er nicht versteht, was er ihm sagt, kann er die Botschaft auch nicht weitergeben, was ich ein sehr schönes Bild dafür finde, für diese problematische Lage Sinas oder vielleicht der Menschen, für die er steht. Und dann aber, und das finde ich eigentlich sehr schön, ist das nicht sein einziges Problem von nicht verstanden werden oder als etwas oder jemand anders wahrgenommen werden, als man ist. Und das finde ich sehr sympathisch, weil so wäre das jetzt vielleicht sehr lehrstückhaft, wenn er nur das wäre. Sein viel größeres Problem ist eigentlich, dass seine Frau, seine deutsche Frau, sich von ihm erwartet, weil er Designer ist. Sie haben sich kennengelernt, sie hat sich sofort ausgemalt, wie er, ihr und der Familie, wenn sie denn zusammenkommen sollten, eine wunderschöne Wohnung einrichten wird. Aber er ist eigentlich so ein fauler Typ und der kriegt das irgendwie nicht hin. und das ist wiederum symbolhaft für das Scheitern oder das mögliche Scheitern dieser Beziehung, weil er schafft das nicht und sie sah das aber in ihm. Und dieses Bild, was sie von ihm gemacht hat, hat sich als falsch rausgestellt. Da gibt es so eine Idee also von Identität, aber die ist eben nicht irgendwie was Urwüchsiges in deiner Art der Erzählung, sondern eher so eine Erwartung, die von außen an einen drangetragen wird und das kann eigentlich immer nur scheitern. Riecht ich das richtig so? Ja, auf jeden Fall. Also der Vater ist immer abwesend gewesen. Er hat die Mutter verlassen, als sie noch, als sie schwanger war. Also er hat Zeit seines Lebens so eine, da ist eine Lücke, die der Vater hinterlassen hat, aber eben nicht nur als Vater, sondern er hat auch dadurch, dass der Vater nie da war, hat er auch nie Zugang zu diesem Kulturkreis gefunden. Also das ist quasi doppelt belastend, weil er so aussieht und auch einen persischen Namen hat, aber im Grunde emotional und auch sonst nie in diesen Kulturkreis hineingelangen konnte, weil eben der Vater nie da war. Und das fand ich, das war eben neben dem Kindersoldaten, war das so die zweite Figur, die mich interessiert. Und es gibt wirklich erstaunlich viele Menschen, die natürlich mit Schattierungen oder so, aber schon viele, die sich so in gewisser Weise auch abgeschnitten fühlen von einem Kulturkreis, den sie aber irgendwie in gewisser Weise auch doch verkörpern. Aber ist das nicht sogar, könnte man das nicht sogar als ein allgemeines Problem begreifen, ist das nicht immer das Problem der Kinder, dass sie eigentlich überhaupt nicht verstehen, wer ihre Eltern sind und sich dann irgendwann mal fragen, wenn sie schon viel zu alt sind, wer sind die eigentlich und was haben die eigentlich gemacht? Ja, auf jeden Fall. Aber natürlich, wenn dann noch unterschiedliche Kulturen, also du hast recht, auf jeden Fall, ganz sicher, aber ich glaube, das verschärft sich dann noch mal, wenn... Eine Zuspitzung, aber vielleicht nicht so ganz außergewöhnlich. Nee, es wird eigentlich, also nicht ganz außergewöhnlich, ja, würde ich auch sagen. Also ich glaube, Graz oder Österreich würde ich, wenn es eine Wette dazu gäbe, würde ich sagen, hat die meisten Halbiraner weltweit relativ gesehen. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, also wahrscheinlich wegen der TUs, also in den 60er, 70er Jahren sind eben ganz viele Iraner zum Studieren nach Österreich gegangen und sie haben sehr gerne irgendwie Kinder mit österreichischen Frauen gezeugt und manche sind dann eben, als die Revolution war, sind sie zurückgegangen, manche sind auch geblieben, aber es gibt eben schon, man trifft immer wieder welche und da habe ich, bilde ich mir immer ein, so eine ungestillte Sehnsucht zu spüren. Oder sie haben ganz abgeschlossen, also es gibt einen FPÖ-Politiker in Österreich, der ist halb Iraner und der will gar nichts damit am Hut haben, das gibt es auch. Also man sieht schon an diesen Gesprächen, die wir führen und auch vielleicht an dem, was ich vorhin über das vorherige Buch erzählt habe, dass es immer, oder das ist wirklich fast zentral, kann man sagen, darum geht, um diese Verhältnisse von Menschen, die an einem bestimmten Ort leben, aufgewachsen sind, da völlig selbstverständlich leben, aber durch irgendwelche Gründe der Herkunft und in deinem Fall sind es eben eine iranische, persische Herkunft, auch was mit dem Iran zu tun haben und zugleich geht es dadurch einerseits über so deutsche Verhältnisse, wir haben darüber schon gesprochen, warum kommt jemand wie so dieser Designer-Ali so super an mit seiner Männlichkeit in Deutschland, also es sagt uns viel über Deutschland aus, dass es diese Figur gibt und dann geht es aber trotzdem auch immer über die Verhältnisse im Iran und das ist in dem Fall, du hast es ja schon mehrfach erwähnt, die Figur des Kindersoldaten, die auf die beiden Alis zutrifft und an den Stellen, wo es über den zweiten Ali geht, über den wir jetzt noch nicht so viel geredet haben, also Ali Reza, damit man ihn besser unterscheiden kann, der ist Ali Reza, also es ist nicht der Designer, der lebt auch in Teheran, anhand dessen Geschichte wird auch, würde ich sagen, schon eine recht scharfe Anklage der Verhältnisse in der Islamischen Republik formuliert und was sich die für mich die krasseste Geschichte fand, die da erzählt wird, ist die der Mullahs, die sich in den Zeiten des Kriegs zwischen Irak und Iran, der jetzt auch schon mehrfach erwähnt worden ist, dann die hübschesten Witwen aussuchen, die Witwen sind, weil das eigene Regime ja die Männer und womit ich auch schon die Söhne in den Krieg geschickt habe, wo sie nicht zurückgekommen sind und einer dieser Mullahs manipuliert jetzt die Mutter von Ali Reza in einer derart vehementen Weise, dass sie bereit ist, noch ihren letzten Sohn in den Krieg zu schicken und das ist auch ein wesentlicher Strang dieser Story und ihr überlebt dann eine irakische Giftgasattacke. Ist das, habe ich mich dann gefragt, ist diese Geschichte der dieser hübschen Witwen und des Mullahs, ist das eine metaphorische Geschichte oder ist das in der Tat eine Geschichte, die öfters vorgekommen ist? Also wie oft genau kann ich jetzt nicht sagen, aber also es war zu Zeiten des Krieges war es schon so, dass die dass die Obrigkeit dann die Witwin aufgefordert hat, Zeitehen einzugehen, also eine Zeitehe ist, da muss quasi nur ein geistlicher im Zweifel der Mullah selbst, ich weiß nicht, ob er sich selbst auch verheiraten kann, auf jeden Fall nur so ein paar Suren vorlesen und dann ist man quasi schon legal verheiratet und ein Mullah kann eben auch mehrere oder Männer können mehrere Zeitehen haben und es war wirklich schon so, dass dann die Kriegswirtwin offiziell dazu aufgefordert wurden, doch Zeitehen einzugehen, auch damit sie versorgt sind, obwohl sie auch dann teilweise ganz gute Premium vom Staat bekommen haben, aber ich weiß jetzt natürlich, ich kann natürlich niemals sagen, wie viel genau, aber es war schon dann so, dass einfach die Mullahs übrig waren und viele Witwen und die Frauen waren halt teilweise je nach Bildungsgrad oder nach Sozialisierung dann auch nicht gewöhnt, allein zu sein und haben sich dann schon schnell wieder gebunden und also die Geschichte, die ich im Roman verwende, so eine kenne ich auf jeden Fall, also ja, ich meine, in Kriegszeiten passiert alles Mögliche, also ich glaube, ich denke mir schon, dass das sehr krass ist, was ich da aufgeschrieben habe, aber wahrscheinlich ist es noch harmlos im Vergleich zu dem, was wirklich passiert ist. Und aber auch dort gibt es immer, das finde ich eigentlich sehr beeindruckend an diesem, an dem anderen Roman, dass es ständig diese Reflektionsebenen gibt, die ja auch logisch sind wegen der Figuren, die ja quasi dort und da sind, in einer gewissen Art und Weise zumindest, was auch wieder zurückgespiegelt wird dann auf die deutschen Verhältnisse oder die deutsche Verwicklung darin. Ali Reza ist ja ein Opfer dieses Todeskults, des Märtyrertums, also dieses Feiern des Sterbens für Gott und das Vaterland und er ist natürlich aber zugleich ein Opfer der Waffenlieferungen unter anderem aus Deutschland gewesen, die nicht so gern diskutiert werden, also kein Blut für Öl, ist man immer sofort dabei, wenn es die Amerikaner waren, aber so diese deutschen Verwicklungen sind, für mein Gefühl, werden da immer nicht so gerne verhandelt in der deutschen Öffentlichkeit und das ist aber auch ein Thema von dem Buch, weil es gibt irgendwann mal den Moment, dass Ali, der Designer, mal wieder in die Talkshow eingeladen wird und er das dazu nutzt, zu fragen, jetzt zitiere ich mal kurz, wie viel die deutsche Industrie zum Beispiel am Iran-Irak-Krieg verdient hat, an den Chemieanlagen etwa, die sie Saddam gebaut hat, Anlagen zur Herstellung von Pestiziden, Mittel gegen Ungeziefer wie Heuschrecken und Persa. Da sieht man auch so diese recht deftige polemische Ausdrucksweise von Ali. Ich glaube, aber das ist tatsächlich ein Originalzitat. Das hast du eingebaut aus welchem, woher kam das? Ich glaube, das ist aus einem Prozess gegen, also irgendwann in den späten 80ern wurden dann manchen deutschen Firmen der Prozess gemacht, eben wegen Giftgasanlagenbau im Irak und manche, die als Zeugen ausgesagt haben, einer hat das zitiert, also quasi einen Iraker zitiert, der die Anlage in Auftrag gegeben hat, weil sie wurden als Insektenvernichtungsmittel Anlagen getarnt. Das bringt mich natürlich zur Frage, wie viele Rechercherchergebnisse stecken da mehr oder weniger wörtlich eigentlich in dem Roman? Also musstest du auch viel recherchieren dafür? Ja, schon. Also erstens kannte ich mich mit Produktdesign überhaupt nicht aus. Also da war ich zehn Tage in einer Agentur in Köln, habe mir das angesehen und habe auch mit Freunden geredet, die das machen. Also da habe ich mich mit beschäftigen müssen, weil ich eigentlich, ich bin auch kein sonderlich visueller Typ, aber vielleicht wollte ich das gerade deswegen tun. Ja, und Iran-Irak-Krieg, es ist natürlich, es ist jetzt kein, es ist jetzt kein Buch über den Iran-Irak-Krieg, aber er spielt eben schon eine Rolle und ich habe mir das jetzt eigentlich nicht so vorgenommen, aber als ich dann gemerkt habe, ich verstricke mich da immer tiefer rein, musste ich natürlich auch immer mehr recherchieren. Die Faktenlage ist nicht so wahnsinnig gut, muss man sagen. Sicherlich sind andere Kriege besser dokumentiert. Also da habe ich mein Gefühl nicht gedrückt in diese Angelegenheit. Aber wenn wir jetzt schon über quasi die handwerklichen Fragen sprechen, was ich sehr spannend und auch wirklich gut gelöst fand, war diese verschiedenen oder sind diese verschiedenen Erzählmodi oder Formen, die da drin vorkommen. Also es gibt eine klassische auktoriale Erzählerin, die erzählt, was da passiert und weiß auch, was in den Köpfen der Protagonisten so ein bisschen vorgeht, wobei das ist... Ganz nah an Sina, würde ich sagen. Ja, sie ist eher am ehesten an Sina dran, stimmt, der dann sozusagen von außen diese beiden anderen irgendwie beobachtet, sofern er sie kennt. Aber das ist nicht alles, sondern was ich sehr schön fand, sind diese Formen von Dialogen, wo nur ein Dialogpartner zu hören oder zu lesen ist und die Antworten sind ausgespart und die kann man sich als Leser, Leserin dann ungefähr dazudenken, die sind aber auch nicht das Entscheidende, sondern da geht es um die eine Person, was sie dann in dem Moment sagt. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Das hat sich mir aufgedrängt, da habe ich keine Sekunde drüber nachgedacht. Für mich war das in der Figur so klar, es ist auch erstaunlich, mir ist dann nachher auch klar geworden, dass das ja wirklich quasi so eine Art Stilmittel ist. Ja, das ist es, in der Tat, so funktioniert das, das funktioniert ganz gut. Aber es ist halt, also dieser Alina Jha, den kriegt man ja auch immer nur mit dem, was er sagt und mit seinen inneren Monologen mit und das ist so ein direkter, unmittelbarer Typ, der auch einfach total egozentrisch und auch bei sich ist, dass ich das irgendwie total folgerichtig fand, dass man nur ihn reden hört und was die anderen sagen, ist eh wurscht, zumal ja auch bewiesen ist, glaube ich, dass man immer, wenn man in Gesprächen ist, dass man nachher so 90 Prozent behält, was man selbst gesagt hat und was man, da gibt es glaube ich so Studien. Ich hoffe, ich habe mir ein bisschen was gemerkt, was du gesagt hast, aber ja, das ist auch einleuchtend. Da gibt es aber noch ein drittes und das sind eben, du hast es kurz erwähnt, es gibt die inneren Monologe und die sind auch sehr schön, weil die dann plötzlich inklusiv gesetzt, laufen die dann über so mehrere Seiten durch und dann ist man so sehr stark, also wirklich sehr intensiv in so einem Gedankenfluss, den man auch gut so runterlesen kann, den man auch gut nachvollziehen kann. War das auch von Anfang an da? Hat sich das relativ weit entwickelt? Ja, irgendwie dachte ich, das jetzt so als reflektierenden Typ konnte ich ihn mir halt nicht vorstellen. Also das ist jemand, der raushaut, was er denkt, also da ist keine Zwischenebene, keine Metaebene, keine Reflektionsebene und nichts, sondern halt bam, 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 so muss es irgendwie gehen und Blogger schreiben ja alle, dass sie das zäh und anstrengend finden. Die Blogger über diese Stellen? Ja, das finde ich interessant. Also das, was du jetzt schilderst, so dieser Perspektivwechsel und dann dieses, dass man nur die, also dass man nur hört, was er sagt, das finden viele anstrengend. Aber ich glaube, also ja, wahrscheinlich muss man sich erst ein bisschen dran gewöhnen. Wir können festhalten, Blogger sind Traditionalisten, sagen wir jetzt hier festgestellt. Hätte man das ahnen können? Ich weiß es nicht. Also ich kann es aber nachvollziehen, was Sie meinen. Also ich nehme Ihnen das auch nicht übel. Nein, nein, passt. Das musst du jetzt sagen. Ich nehme Ihnen das schon übel. Blogger, ich nehme euch das übel. Vielleicht lesen wir jetzt noch ein Stück, weil wir sind schon so weit fortgestritten, obwohl es mir nicht langweilig wurde bis jetzt. Ich hoffe, euch hier auch nicht. Aber trotzdem, die Zeit schreit voran und ich glaube, das ist auch nochmal jetzt ein bisschen längeres Stückchen. Das habe ich mir gewünscht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Genau, also nachdem das erste Date in die Hose gegangen ist, müssen Sina und der Designer Ali Designer Ali klingt ja nicht sehr lustig. Müssen eben eine Nacht dranhängen in Dubai und sie gehen dann in eine Bar noch zusammen. Eine Blondine in einem smaragdfarbenen Overall führte sie zu einem Tisch direkt an der Fensterfront. Die Aussicht auf den Hintern in dem grünen Stoff, der weder zu eng anlag noch zu weit war und den Pobacken so optimale Bewegungsfreiheit bot, löste die auf die Dubayer Skyline bei Nacht ab. Die Bar befand sich im obersten Stock eines Nobelhotels, so wie sich alles Leben in Dubai in Hotels abzuspielen schien. Alina Jha bestellte Sushi und ein Mai Tai, Sina asiatischen Rindfleischsalat und Gin Tonic. Sie prosteten einander nicht zu. Jeder trank für sich aus schweren Kristallgläsern und blickte hinaus. Diese beiden Zwillingstürme hier mit den albernen Krönchen hat bestimmt ein Scheich seiner Tochter zur Hochzeit geschenkt. Das da oben, da, wo über vier Etagen Licht brennt, das ist garantiert ein Loft. Da legt jetzt gerade der Schwiegersohn die Beine hoch und schnippt eine Dose Erdnüsse auf, während sich die Tochter im Bad die Augen ausholt, weil ihr Maka wieder nur Analsex wollte, sagte Alina Jha und prostete Sina zu. Wetten? Du, da kenne ich mich nicht aus, sagte Sina und dachte, wie ein richtig verklemmter Deutscher, so klinge ich. Er trank den Gin Tonic aus und orderte den nächsten. Alina Jha beobachtete jetzt die Gäste, die in steigender Frequenz hereingeführt und an Tischen oder der langgezogenen Bar platziert wurden. Darunter nur wenige Pärchen, hauptsächlich waren es größere gemischte Gruppen, Männer im Casual-Look, die Frauen im kleinen Schwarzen vor sich her buxierten, ihnen mit einer Hand nahe der Taille die Richtung vorgaben. Die Frauen hatten offensichtlich viel Zeit darauf verwendet, sich herauszuputzen, hatten gelocktes Haar geglättet oder glattes Haar wellig geföhnt, mehrere Schichten Make-up aufgelegt, aus einem Arsenal an Parfums und Schmuck ausgewählt. Sina wunderte sich, dass sie offenbar so gut bei Alina Jha ankamen. Hübsche Gesichter hatten sie schon, aber so sehr er sich auch umschaute, fand er keine, die durch Stil, Esprit, Lässigkeit aufgefallen wäre. Vielleicht war es ja auch einfach nur zu laut und zu dunkel und zu materialistisch, um mit diesen Charakteristika auffallen zu können und die Frauen kleisterten sich genau deshalb ihre Gesichter zu. Die Zeit verging, Sina spürte den Alkohol und dass er die Menschen immer unverhohlener musterte. Abrupt wandte er sich Alina Jha zu. Ich glotze schon viel zu auffällig. Haha, dafür sind wir hier. Ich stehe total darauf, die Leute hier mit ihren großen Erwartungen eintrudeln zu sehen. Er blickte auf seine Armbanduhr. Kurz nach Mitternacht konnte Sina erkennen. Jetzt, so früh am Abend, scheint alles geordnet, aber warte mal ab, was hier noch abgeht. Alina Jha lächelte und sah ihn an. Sina fand irritierenderweise keine Spur von obszöner Vieldeutigkeit in diesem Gesicht. Keinen Zynismus, keine Menschenfeindlichkeit. Warum führst du dich in der Agentur eigentlich wie ein Arschloch auf? Das mochte Sina am Alkohol. Er ließ ihn endlich die nahen liegenden Fragen stellen. Ich habe keine andere Wahl. Sina versuchte daraus schlau zu werden. Es gelang ihm nicht. Ich habe keine andere Wahl, wenn ich kein Opfer sein will. Sina machte ein unverändert fragendes Gesicht. Dass er begann zu erahnen, was Alina Jha meinen könnte, zeigte sich darin noch nicht. Ich erzähle dir mal eine Geschichte, also Setting. Eine trockene, gebirgige Landschaft. Ein Auto, ein altes, verbeultes, blaues Auto, holpert in einem Affenzahn über eine ungeteerte Straße. Im Kofferraum liegt ein 14-jähriger Junge, ein ganz normaler 14-jähriger Junge, der zur Schule geht, zwei, drei Kumpels hat, am Nachmittag im Hof Fußball spielt und an seiner Mama hängt. Sehr an seiner Mama hängt, er hat sonst niemanden. Dieser Junge liegt also im Kofferraum und knallt bei jedem Schlagloch irgendwo mit dem Kopf gegen. Er hat eine Scheißangst und denkt, dass es jeden Moment vorbei sein wird, dass er an einer Hirnblutung sterben, dass der Wagen von der schmalen Straße abkommen und einen Abhang hinunterstürzen, dass ihn spätestens an der Grenze jemand im Kofferraum entdecken, hinauszerren und verprügeln wird. Er liegt zusammengekauert da und wimmert vor sich hin. Irgendwann bremst der Wagen, es geht im Schritttempo weiter, ewig lang. Der Junge hat längst das Zeitgefühl verloren, aber das Auto kommt mindestens eine Stunde lang kaum vom Fleck, so viel kann er sagen. Männerstimmen gedämpft nähern sich. Mit jedem Meter, den sie weiterrollen, hört er sie deutlicher. Sie rufen immer dasselbe, Stopp, Papiere, aussteigen, öffnen. Vor allem, wenn sie öffnen befehlen, läuft ihm ein Schauer über den Rücken. Er betet, das erste und das letzte Mal in seinem Leben. Als der Wagen anhält und er hört, wie zwei Männer um das Auto herumgehen und dem Fahrer Fragen stellen, scheißt er sich voll. Er scheißt sich im wahrsten Sinne des Wortes die Hosen voll. Alina Jha machte eine kurze Pause. Dina setzte das Gin Tonic Glas an, um zu trinken, aber es war schon wieder leer. Spätestens an diesem Punkt der Geschichte bestand für ihn kein Zweifel mehr, wie der Bär dieser Junge im Kofferraum war. Und dann sind die Stimmen ganz, ganz nah. Das Herz des Jungen klopft wie wild, so wild, wie das unverbrauchte Herz eines 14-jährigen Jungen klopfen kann. Als einer versucht, den Kofferraum zu öffnen, überschlägt sich das Herz und setzt mehrmals aus. Das Schloss klemmt, der Mann rüttelt erst leicht, dann heftig am Deckel. Das Auto quietscht. Für den Jungen fühlt sich das an, als läge er bei Wellengang in einem Boot. Ihm wird übel. Der Mann fragt den Fahrer, was das soll und befiehlt, ihm zu helfen. Dieser steigt aus und antwortet irgendwas mit der Ruhe eines Schafhirten, der vermutlich auch ist. Jetzt rütteln sie zu zweit. Der Junge verkrampft am ganzen Körper, betet weiter, ruft den lieben Gott an, in seiner Inbrunst angestachelt von der Scheiße, die an seinem Arsch zu jucken und zu brennen begonnen hat. Vor lauter Beten bekommt er gar nicht mit, dass der Fahrer wieder eingestiegen ist. Als er den Wagen anlässt und losfährt, hält der Junge inne. Kann es sein? Kann es wirklich sein? Der Fahrer tritt aufs Gas. Ja, es kann sein. Es ist so. Er schlägt sich wieder bei jedem Schlagloch den Schädel an, aber jetzt ist er hoffnungsvoll. Dann, nach einer Weile, halten sie abermals an. Der Fahrer steigt aus, kommt zum Kofferraum und öffnet ihn mit einem Handgriff. Das Schloss ist butterweich. Da liegt der Junge, blinzelnd und in Embryonalstellung, vollgeschissen und nassgeschwitzt. Ein jämmerlicher Anblick. Eine bemitleidenswerte Kreatur. Er zieht sich die Kapuze seiner Windjacke über den Kopf und schirmt sich die Augen mit der Hand ab. Durch seine Finger kann er langsam die Kontur des Fahrers sehen. Er kommt ihm riesig vor, schlagsig zwar, aber riesig und breit gebaut. Der Fahrer hält sich den Unterarm vor die Nase und schimpft über den Gestank. Der Junge versteht den nicht gut, aber er versteht Kind, immer wieder, Kind, was hast du getan? Der Junge richtet sich auf. Fluchend hilft ihm der Fahrer aus dem Kofferraum hinaus. Eben lag er, jetzt steht er vollgeschissen und nassgeschwitzt da, kurz davor, sich zu übergeben und zu allem Überfluss fängt er auch noch an zu heulen. Alles, was er will, ist zu seiner Mama zurück. Die Frau im grünen Overall oder war es eine andere, unterbrach Alina Djar und fragte, ob sie weitere Gäste an ihren Tisch setzen dürfe. Alina Djar und Sina nickten, woraufhin die Blondine den drei Frauen hinter sich ein Zeichen gab. Zwei von ihnen waren ebenfalls blondiert. Eine trug ihr schwarzes Haar in Form eines sehr kurzen Bobs. Etwas umständlich setzten sie sich mit ihren engen Röcken auf die Barhöcker. Wie geht es weiter, warnte Sina sich wieder Alina Djar zu. Der Junge sieht sich um. Sie haben an einem Busbahnhof gehalten, an dem Menschen vor rostigen Mercedes-Benz-Bussens Schlange stehen. Der Fahrer greift ihn mit spitzen Fingern an der Kapuze und zieht ihn in die öffentliche Toilette oder in das Scheißhaus. Das trifft es besser. Der Junge ekelt sich vor jedem Zentimeter des gekachelten Raumes, ist aber gleichzeitig dankbar, dass sein Gestank sich hier mit dem Gestank unzähliger Reisender vermischt und nicht weiter auffällt. Er weint noch immer, der Fahrer sagt die ganze Zeit, sei ruhig, Kind. Das Waschbecken ist mit einer rötlich-braunen Schmutzschicht überzogen. Der Fahrer kniet nieder, zieht ihm die Schuhe und mit spitzen Fingern auch die Hose aus. Die Unterhose soll er sich selbst ausziehen, was er nach mehrmaliger Aufforderung schließlich tut. Dabei schmiert er sich die ganze Scheiße an die Beine. Er heult laut auf, steht schluchzend da. Er dachte, er habe den Tiefpunkt schon hinter sich, aber nein, das ist jetzt der Tiefpunkt. Der Fahrer deutet genervt auf das Waschbecken. Der Junge wäscht sich weinend. Unter ihm entsteht eine Pfütze mit braunen Einspringseln. Andere Männer kommen und gehen. Der Junge schämt sich so sehr für alles, dass er sich im Detail für nichts schämt. Nicht dafür zum Beispiel, dass jeder sehen kann, dass ihm gerade die ersten Haare am Sack wachsen. Sina nahm aus den Augenwinkeln wahr, dass sich die drei Frauen unterhielten. Sie schienen ihnen keine Aufmerksamkeit zu schenken. Sie sprachen Englisch miteinander. Er wäscht sich, so gut er kann. Der Fahrer zieht eine olivgrüne Stoffhose aus einer Plastiktüte und gibt sie ihm. Der Junge regt sich nicht, er hält die Hose in der Hand und weint weiter. Der Fahrer seufzt, nimmt sie ihm wieder ab, wirkt sich fluchend und der Junge braucht nur die Füße nacheinander anzuheben, was er gerade so bewerkstelligt. Der Fahrer zieht ihm die Hose hoch und richtet sich auf. Er stellt ihm die Schuhe nebeneinander und der Junge steigt hinein. Gewaschen und in frischen Klamotten setzt sein Verstand wieder ein. Ali Najjar hielt inne und schaute aus dem Fenster. Dorthin, wo er den Analsex präferierenden Ehemann mit der Dose Erdnüssen vermutete. Er fixierte den Punkt und sprach weiter. Ich erinnere mich genau an diesen Moment, als hätte es Klick gemacht. Ich sah ganz klar, dass ich mich hatte gehen lassen. Ich hatte mir eine unfassbare Schwäche zugestanden. Ich hatte mir die Opferrolle zugestanden. In dem Moment des größtmöglichen Kontrollverlusts sagte mir eine innere Stimme, es ist okay, Junge. Dieses eine Mal. Aber jetzt bist du gewaschen und hast frische Klamotten an. Ab jetzt nie wieder. Ali Najjar löste den Blick, nahm einen tiefen Schluck, leerte sein Glas. Alter, wir haben ja gar nichts mehr zu trinken. Er winkte die Bedienung heran und bestellte zwei Mai Thai. Wie ist das Ende, fragte Sina, nachdem er die Geschichte rekapituliert hatte. Die Moral von der Geschichte nie wieder Opfer und wenn ich kein Opfer sein will, muss ich Täter sein. Für Ausländer wie dich und mich gibt es nichts dazwischen. Entweder ich passe mich an, ordne mich unter und bleibe mein Leben lang der nette, ewig dankbare Typ aus dem schlimmen Land, dem sie gnädigerweise Asyl gewährt haben und auf den sie immer ein kleines bisschen hinab schauen dürfen oder aber ich spiele die Rolle des erfolgreichen Arschlochs und mache mir meine eigenen Regeln. Dafür muss ich immer besser sein als die anderen. Viel besser. Alina Jha verzog den Mund zu einem Grinsen. Sina lächelte. Alina Jha hatte Ausländer wie dich und mich gesagt. Wärme breitete sich in Sinas Bauchraum aus und zog hoch bis in die Schultern. Sein Brustkorb weitete sich, er richtete das Brustbein auf. Eher zufällig blickte er dabei die dunkelhaarige Frau an ihrem Tisch an. Sie lächelte ebenfalls und prostete ihm zu, als die Bedienung ein Mai Tai vor ihm abstellte. Ich habe eine letzte Frage, danach seid ihr dran, die sich jetzt für mich anschließt, die hatte ich notiert und fast vergessen, aber sie passt jetzt sehr gut. Die Freundin von Sina, der ja hier lauscht, den Worten von Designer Alina Jha, ist Resilienzforscherin und für mich ist die so die Verkörperung quasi von einem deutschen oder österreichischen mitteleuropäischen Publikum und ich habe das Gefühl, ich bin jetzt eigentlich die Resilienzforscherin, wenn ich dieses Buch lese, mit solchen Szenen drin, war das auch so ein bisschen die Idee, diese Leserschaft ein bisschen in Gestalt dieser Figur mit rein zu nehmen und zu sagen, hier, guck mal, das seid ihr. So habe ich es noch nicht gesehen, aber ja, klingt gut, klingt clever eigentlich. Sie ist aus einer mustergültigen Familie, Akademikerhaushalt, sie war mit sieben, glaube ich, schon das erste Mal im Jedermann und die beiden haben sich aber gefunden, weil sie einander so fremd und doch irgendwie so anziehend fanden und sie hatten eine leichte Schwäche für schwere Schicksale. Genau. und deswegen und eben auch wegen seines Aussehens und weil er Designer ist, fand sie ihn total attraktiv und ihn hat das, das ist auch ein bisschen, ich weiß nicht, wie sehr das rauskommt, aber sie sind ja auch aus sehr unterschiedlichen sozialen Schichten und das ist jetzt nicht prominent, aber so im Hintergrund auch und er fand das irgendwie total attraktiv, da so eine gebildete, weltläufige Frau aus gutem Hause, fand er irgendwie total anziehend und aber wie das dann halt so ist, dass gerade das, was man am Anfang, ich glaube Nell Zink oder so schreibt das in einem Roman, das, was man am Anfang so anziehend findet, wird halt oft später ganz zum Problem. So, ich würde sagen, wir öffnen jetzt für Fragen aus dem Publikum, ich weiß nicht, ob wir auch von unseren potenziellen Millionen von Zuschauern im Internet Fragen bekommen haben, nein, sprechen sie nicht mehr, sind es beleidigt, Traditionalisten. Dann bitte hier, gibt es hier Fragen von euch? Oder seid ihr so erschöpfend informiert worden, dass es keine Fragen mehr gibt? Dann können wir auch zum Trinken übergehen, ist auch kein Problem. Nee, niemand mehr? Dann, ja, das sowieso, also vor dem Trinken kommt natürlich die Schleuse und man muss die Schleuse durch und rechts von der Schleuse liegen die Bücher und ich vermute mal, du wirst sie auch signieren, wenn das gewünscht wird, also weil ich habe versucht, mir ein paar intelligente Fragen auszudenken, aber jetzt bin ich sie alle deswegen und eine Stunde ist auch schon vorbei, wir haben so schöne Stellen gelesen, dann würde ich jetzt einfach sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit hier, also still, das Baby hört dich nur noch in der Ferne, aber es ist noch da, vielen Dank an dich, es war sehr schön mit dir zu sprechen und es war toll, deine Lesung auch zu hören von dem Buch, das klingt ja nochmal gleich ganz anders, also vielen Dank und noch einen schönen Abend. Danke. Danke.